Hallo und willkommen zum Wetter hier bei wetter.net. Ja, da steht uns ein traumhaftes Badewetter-Wochenende vor der Tür. Es wird das bisher wärmste Wochenende des Jahres 2019 werden. Die Temperaturen erreichen am Samstag und am Sonntag. Zum Beginn des meteorologischen Sommers Spitzenwerte von bis zu 32 Grad im Schatten. Doch zunächst ein Blick auf die Wetterlage vom heutigen Mittwoch. Ja, und dann sehen wir, wir haben ein neues Hoch mit dem Namen Pia. Das Hoch ist aber etwas schwach und deswegen ist es heute auch ziemlich wechselhaft. Es gibt ein Gemisch aus Sonne und Wolken. Im Nordwesten sind auch mal kurze Schauer nicht ausgeschlossen. Und vor allen Dingen hier vom Erzgebirge bis zum Alpenrand, da kann es auch weiterhin Regen geben. Mit der Gefahr steigen der Flusspegel. Die Temperaturen erreichen am Nord- und Ostseeküste so 12 bis 13 Grad. Unter den dauerregen Wolken Werte um 13 bis 14 Grad. Und sonst steigen die Temperaturen auf 15 bis lokal 21 Grad hier am Niederrhein. Ja, morgen ist der Christi-Himmelfahrtstag. Im ganzen Land ist Feiertag und auch Vatertag. Ja, im Westen, da bleibt es etwas wechselhaft. Ab und zu gibt es Schauer. Nach Osten hin dagegen, da bleibt es meist freundlich. Und die Temperaturen erreichen 14 bis 22 Grad. Ja, dann kommt der Freitag und der Samstag. Und wir sehen es schon, die beiden Tage bringen herrlichen Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen am Freitag 17 bis 25 Grad. Und am Samstag könnte dann zum ersten Mal in diesem Jahr die 30 Grad mal geknackt werden. Im Norden bleibt es kühler. Hier an den Küsten gerade so 19 bis 23 Grad. Aber das ist dort auch sehr angenehm. Noch etwas wärmer wird es dann am Sonntag mit Temperaturen zwischen 22 und 32 Grad. Das wird dann wohl erstmal der wärmste Tag des bisherigen Jahres werden. Später sind im Südwesten einzelne Schauer und Gewitter möglich. Mehr Schauer und Gewitter dann am Montag und am Dienstag. Die Temperaturen gehen tendenziell etwas zurück. Sie bleiben aber weiterhin auf einem sommerlichen Niveau. Ja, und zum Schluss noch ein Blick auf die Ensemble-Vorhersage für den Oberrhein. Ja, und wir sehen, dieser Temperaturanstieg in den kommenden Tagen, der ist relativ sicher. Denn die Temperaturkurven, die sind sehr dicht beieinander. Aber später hier, da laufen sie deutlich auseinander. Also Richtung Pfingsten ist weiterhin noch alles offen. Da reicht die Spanne von 5 Grad bis hin zu 30 Grad. Da müssen wir wirklich abwarten, wie es weitergeht. Ja, und auch die Niederschläge, die könnten dann später etwas zunehmen. Also da beginnt das ganz große Rauschen. Vielleicht wird der Juli dann auch ziemlich nass werden. Ja, und wenn ihr keine Wetternachrichten mehr verpassen wollt, dann abonniert bitte unseren Kanal. Das war's vom Wetter und das Wetter für euren Ort. Das gibt es natürlich wie immer unter www.wetter.net. Tschüss, bis bald.